Danke! Okay! Jetzt geht es hier auf der Bühne weiter. Wir haben jetzt Aktivisten aus ganz Europa. Jetzt können wir ja, wer kommt denn da? Wir haben ein ganz großes Pünktels von England, die sich gegen Pinkfabriken engagieren. Und die Konfederation Paysanne, die starken französischen Bauern, die weltweit grünen geworden sind mit ihrem Konzest gegen McDonalds, die holen wir jetzt alle auf die Bühne. Und jetzt kann losgehen. Super, einen großen Applaus, wir kosten, Vern 2011! Also, alle diese Landwirte hier, die vertreten das Bündnisabend 2020. Das ist ein Netzwerk von allen in Europa, die sich für unser Anliegen engagieren, für gutes Essen und gute Landwirtschaft. Okay, so, who's next to me? Who are you and where are you from? I'm a farmer, Gerald Miles from Wales in the UK. And we've come here to support you with my comrades Kevin and Jim. And we're here to really unite with you against the chemical company and the corporate power. We've got to do something to save our farming and to demand our rights back on seeds and the way we farm. Otherwise, it'll be too late. Thank you so much. So who are you and where are you from? I'm from the UK. I represent a group called the Genetic Engineering Network. And we've been fighting GMOs for nearly 20 years. Okay, now news from France yesterday. Today, the French government have declared that GM crops are to be grown in France this year. French farmers are occupying a Monsanto plant and are refusing to move. As in Argentina. Viva Marvines! Thank you very much. So, who are you and where do you come from? I'm Tristram Stewart. I'm from the UK and I've been campaigning on food waste for several years. So we're here to stay. There are huge problems, but food waste is one of the ones that we have begun to solve. We've cut food waste in the UK by 21% already. A big applause for that! It really shows that the sleeping giant is us, the citizen. And we're in a process of waking it up, that giant. And that giant is our only hope for keeping the planet in a state that is healthy enough to give us food for future generations. And I believe this is a global movement that can save rainforests, the billion hungry people, the injustices of the food system. We can do it. We have our hopes so. And we're working together to do that. We're working together to do that! Thank you! Hello Berlin! I'm Ida Johanna Kalander from Sweden. I am here today because I love agriculture. I'm here today because I believe that we need to transform our way of thinking, our way of feeling, and our way of acting. I want agriculture, not factory farms! Daniel! Okay, here next to me, I've got a very beautiful cow. I'm gonna ask you, where are you from? I am Pierre, I'm from France, and we can be free from France, and we are here to say to you, we are also fed up with agro industry. Just to say we are really angry against the system, we destroy humans, nature, and human nature. Just, we have a big news to say to say to you, two days ago, we, 100 farmers, we occupied the biggest farm factory project in France, and we are fighting since six months against this project, and we are really close to winning. Powerktuality! So... 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 Thank you so much, I'm very welcome to say it is power to power! 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 Wir haben auch! Wir haben auch Unterstützung aus Österreich! Ja! Ich bin die Lisa Hofer aus Österreich, Organisation Wir Kampusiner Austria. Ja, ich arbeite auf einem kleinen Bauernhof in einem kleinen Land und klein heißt nicht klein denken, sondern wir tragen große Verantwortung für die ökologische Verantwortung und soziale Verantwortung. Wir stehen für Ernährungssouveränität für alle. Vielen Dank! Und wir haben ein Gast, das heißt, das weiß, was Krisen sind und es weiß, dass man Widerstand geben muss, wenn man aus der Krise rauskommen will. Paulus aus Knie. Paulimera Parallino, I bring you the audience for I cultivate the symbol of freedom, peace, friendship and democracy. I bring you the only party to the people of Hungary. Today there is a big battle going on, from one side is the people that want to enjoy real food, that they want to preserve real good human culture, there is a people that want to preserve networks of indigenous food communities, and on the other side there are the people that they only want to make profit, and they have created a system that is using 70% of the planet. We want resources to beat the 30% of the population, and the rest of the 30% of resources is left for the rest of us, but I'm here to say that we are poor, and we are fed up, I'm here to say that in these brings European elections, there is one big battle happening between the civil society and this system that is impoverishing our planet, and it is time to say like 25 years ago Berlin became the symbol of European unity, Berlin today becomes the symbol of unity of the food movement. We are done! Hello! My name is Max, I've come here from London today on behalf of the organisation Farms Love Factory and our new global campaign in the pig art to end pig factory farming and I'm here today to show solidarity with you and say very clearly no more environmental destruction no more antibiotic abuse no more destruction of rural economies no more animal abuse no more animal factories let's make sure around the world after today they hear us say we have had enough you have to know that 90% of the money from Europe go to make industrial farmers in my country and the villages are really disappear why I'm here I need your help from you depends the money go to the good farmers because the good food is produced by good farmers let me do it because of you we can direct those money to good farmers and to saving the villages in Central and Eastern Europe thank you thank you thank you very much now we have a broad union we see our protest is not just a protest here in Germany sondern das ist eine Aufgabe die alle Länder alle Nationen in Europa auf den Rögen anspricht wie wollen wir essen wie wird unser Essen hergestellt wie sieht unsere Landwirtschaft und die Natur um uns aus das ist nicht alles aber erstmal für euch einen richtig großen Applaus big heh Vielen Dank für alle von Ihnen, die hier kamen! Vielen Dank für alle von Ihnen! 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 Okay, wir haben es Zeit, um die Stange zu freien. Und jetzt, ich will hören... Wir haben... Ach, ich bin schon ein wenigstens... Wir haben es satt! Und ich möchte mal gerne hören, was wir satt haben! Hunger, wer weiß! Okay, dann müssen wir uns aufhören, und ich versuche das mal aus! Wir haben es satt! 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 Hunger, wer weiß! Wir haben es satt! Es ist keine alle! Wir haben es satt! Hunger, wer weiß! Wir haben es satt! Wir haben es satt! Wir haben es satt!!! Was sollen wir haben? Recht auf Nahrung! Essen gesund! Was sollen wir haben? Faire Preise! Erzgerechte Haltung! Saabgut Vielfalt! Regionale Futtermittel! Bienenstab? Nein! Ah, aufgepasst! Okay, das war nur ein kleiner Testpunkt zu sehen. Ihr könnt doch mal ein bisschen joggeln. Ist es nicht kalt? Wir haben einen langen Laufwurz. Es ist 5 vor 12. Wir haben einen langen Laufwurz. Die Etwa und die Landwirte, die können jetzt schon loslaufen. Die Etwa und die Landwirte, die können jetzt schon auf dem Weg machen. Und jetzt ist es 5 vor 12.